Dies sind deine Seelenpartner im Jahr 2024 laut deinem Sternzeichen. In diesem Jahr hat das Universum sich Kombinationen überlegt, die ein perfektes Paar abgeben würden. Welche Sternzeichen sind miteinander seelenverwandt? Hier sind die Eigenschaften und Merkmale, auf die jedes Sternzeichen achten sollte, wenn es in diesem Jahr 2024 seinen Seelenverwandten sucht. Steinbock Steinböcke legen großen Wert darauf, den richtigen Lebenspartner auszuwählen. Du bevorzugst einen Partner mit Klasse, Stil und Selbstbewusstsein, der seine persönlichen Ziele kennt. Neben diesen Eigenschaften ist Loyalität und Vertrauenswürdigkeit entscheidend, da du dir vorstellst, mit deinem Partner eine Familie zu gründen. Im aktuellen Jahr könnten die Sternzeichen Stier und Jungfrau die perfekten Seelenverwandten für dich sein. Wassermann Der unabhängige Wassermann ist keiner, der sich in eine Beziehung stürzt. Du fühlst dich zu Menschen hingezogen, die offen für Neues sind und keine Angst vor Unbekannten haben. An deiner Seite möchtest du eine humorvolle, aufgeschlossene Persönlichkeit wissen, die Abenteuer schätzt und kochen kann. Ein guter Sinn für Humor zieht dich ebenfalls an. Die Sternzeichen Wassermann und Widder könnten im aktuellen Jahr ideale Seelenverwandte für dich sein. Fische Du liebst es, Spaß zu haben und lebst in einer Welt voller Fantasie und Romantik. Dein idealer Seelenverwandter sollte genauso wild sein wie du, eine kreative Denkweise besitzen und eine tiefe Verbindung zu dir herstellen können. Du benötigst jemanden, der Verständnis für deine sensible Art hat und einfühlsam ist. In diesem Jahr könnten die Sternzeichen Krebs und Stier die perfekten Seelenverwandten für dich sein. Widder Du bist eine fleißige, energiegeladene und selbstständige Persönlichkeit, die ein schnelles und aktives Leben führt. Du suchst nach einem Partner, der deinem Tempo standhalten kann und nicht auf der Strecke bleibt. Dein idealer Seelenverwandter sollte genauso selbstbewusst, unabhängig und risikofreudig sein wie du. Widder sind leidenschaftlich, dynamisch und ein wenig temperamentvoll. Deshalb brauchen sie einen Partner, der nicht nur mit ihnen Schritt halten kann, sondern sie auch auf Trab hält, damit der Jäger in ihnen aktiviert bleibt. In diesem Jahr könnten die Sternzeichen Schütze und Wassermann die perfekten Seelenverwandten für dich sein. Stier Der Stier ist der Kuschelkäfer des Tierkreises. Er sehnt sich nach körperlicher Aufmerksamkeit und zu viel Liebe ist nie genug. Als das treueste Sternzeichen strebst du nach einer langfristigen Bindung und bist bereit, alles für deinen Partner zu tun. Du suchst nach jemandem, der deine Gefühle erwidert und Vertrauen, Loyalität, Ehrlichkeit und Unkompliziertheit schätzt. Deine idealen Seelenverwandten für dieses Jahr könnten daher in den Sternzeichen Steinbock und Fische zu finden sein. Zwillinge Zwillinge sind die sozialen Schmetterlinge des Tierkreises. Sie sind ständig unterwegs, auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Menschen, die ihr Interesse wecken. Bei der Auswahl deines Lebenspartners legst du als Zwillinge großen Wert auf Intelligenz, Sinn für Humor und ein interessantes Lebensgefühl. Kommunikationsfreude ist für dich entscheidend und du schätzt positive Charaktere, die sich gerne unterhalten. Gegenseitige Unterstützung in der Partnerschaft ist dir wichtig. Die Sternzeichen Löwe und Schütze könnten in diesem Jahr perfekte Seelenverwandte für dich sein. Krebs Krebs ist voller Widersprüche. Einerseits hat er ein großes Herz und ein tiefes Verlangen, die wahre Liebe zu finden, aber er ist auch sehr zurückhaltend und lässt niemanden an sich heran. Dein liebenswertes und großzügiges Herz sehnt sich in diesem Jahr nach jemandem, der liebevoll ist und dich besonders und geliebt fühlen lässt. Dein ideales Gegenüber sollte jedoch auch klug und intelligent sein, fürsorglich und nachdrücklich. Im aktuellen Jahr könnten die Sternzeichen Fische und Krebs die perfekten Seelenverwandten für dich sein. Löwe Der Löwe hat die Energie der Hauptfigur. Überall, wo er hingeht, verdrehen sie den Kopf und er zieht den Fokus auf sich. Du fühlst dich zu interessanten, selbstbewussten und mysteriösen Persönlichkeiten hingezogen. Dein ideales Gegenüber sollte keine Scheu haben, sein wahres Selbst zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Intellektuelle Herausforderungen liebst du und suchst nach jemandem, der auf deiner Ebene ist. In diesem Jahr könnten die Sternzeichen Zwillinge und Waage die perfekten Seelenverwandten für dich sein. Jungfrau Jungfrauen können viel zu streng mit sich selbst sein. Sie sind unglaubliche Partner, die von ganzem Herzen lieben und die jede Menge Spaß und Wert in das Leben aller um sie herum bringen. Dein Seelenverwandter sollte ehrgeizig und zielgerichtet sein, fernab von Zögern und Untätigkeit. Du legst großen Wert auf echtes Engagement und möchtest keinen Partner, der sich im Selbstmitleid verliert. Fokussierte und strebsame Persönlichkeiten ziehen dich an und die perfekten Seelenverwandten für dich in diesem Jahr könnten in den Sternzeichen Löwe und Jungfrau zu finden sein. Waage Bei der Waage dreht sich alles um Ausgeglichenheit, sie wird alles geben, aber sie erwartet Gegenseitigkeit. Du akzeptierst nichts weniger als alles, Attraktivität, Intelligenz und Selbstvertrauen. Körperliche Schönheit, ein kluger Kopf und eine selbstbewusste Persönlichkeit sind für dich entscheidend. Dein idealer Partner sollte all diese Qualitäten mitbringen, um dich zu überzeugen. In diesem Jahr könnten die Sternzeichen Zwillinge und Löwe die perfekten Seelenverwandten für dich sein. Skorpion Wenn du dich für jemanden entscheidest, liebst du tief, intensiv und bedingungslos. Du suchst nach einem Seelenverwandten, der deine Gefühle teilt und dich nicht im Stich lässt. Faszinierende Persönlichkeiten, die ehrlich und aufrichtig sind, ziehen dich an. Betrug ist für dich inakzeptabel. Die perfekten Seelenverwandten für dich in diesem Jahr könnten in den Sternzeichen Skorpion und Schütze zu finden sein. Schütze Du schätzt ein unabhängiges Leben und suchst einen Seelenverwandten mit einem liebevollen und aufgeschlossenen Wesen, der dir den Raum gibt, den du brauchst. Besitzergreifende oder anhängliche Persönlichkeiten lehnst du ab, da du deinen Freiraum benötigst und alleine Abenteuer erleben möchtest. Verständnis und Vertrauen sind für dich entscheidend. Die perfekten Seelenverwandten für dich in diesem Jahr könnten in den Sternzeichen Widder und Zwillinge zu finden sein. Im Jahr 2024 scheinen die Sterne besondere Paarungen für jedes Sternzeichen bereitzuhalten, die auf spezifischen Eigenschaften und Bedürfnissen basieren. Für den praktischen und loyalen Steinbock sind Stier und Jungfrau ideale Partner, da sie gemeinsame Werte wie Vertrauenswürdigkeit und das Streben nach einer stabilen Beziehung teilen. Der unabhängige Wassermann hingegen fühlt sich zu Gleichgesinnten wie Wassermann und Widder hingezogen, die seine Liebe für Abenteuer und Humor teilen. Fische, die in einer Welt voller Fantasie und Romantik leben, finden in Krebs und Stier Seelenverwandte, die ihre Kreativität und Sensibilität verstehen und schätzen. Für den energischen und selbstständigen Widder sind Schütze und Wassermann die idealen Partner, da sie sein Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Abenteuerlust teilen. Der liebevolle und treue Stier findet in Steinbock und Fischepartner, die seine Sehnsucht nach einer tiefen, beständigen Bindung erfüllen. Zwillinge, bekannt für ihre soziale und kommunikative Art, finden in Löwe und Schütze Seelenverwandte, die ihre Liebe für Gespräche und lebendige Erfahrungen teilen. Krebse, die einerseits liebevoll, andererseits aber zurückhaltend sind, könnten in diesem Jahr mit Fische und Krebs die perfekte Harmonie finden. Löwen, die charismatisch und selbstbewusst sind, suchen nach Partnern wie Zwillinge und Waage, die ihre intellektuellen Herausforderungen und ihren Drang nach Authentizität teilen. Die perfektionistische Jungfrau findet in Löwe und Jungfrau Partner, die ihre Werte und Ehrgeiz teilen. Wagen, die Harmonie und Gleichgewicht suchen, werden von Zwillinge und Löwe angezogen, die ihre Wünsche nach Attraktivität, Intelligenz und Selbstvertrauen erfüllen. Skorpione, die tief und intensiv lieben, finden in Skorpion und Schütze Partner, die ihre Aufrichtigkeit und emotionale Tiefe teilen. Schließlich schätzt der unabhängige Schütze Partner wie Widder und Zwillinge, die seine Freiheitsliebe und sein Bedürfnis nach Verständnis und Vertrauen verstehen.